Hey, ciao zusammen, das ist der Thomas. Wir sind hier live an unserem Creative Arts Festival. Check it out! Es ist am Regnen und am Regnen und am Regnen. Alles ist flooded. Der Keller, das Bett, das Haus. Wir sind alle zusammen an das Zeug, an das Wasser rauszupumpen, rauszuschaufeln. Und nebst dem haben wir auch Zeit für ein bisschen fahren. Wir sind am Singing in the Rain. Singing in the Rain, come on guys! Singing in the rain, I'm dancing in the rain. What a wonderful feeling, I'm happy again. Das ist die eine Sache. Nehmen wir euch hier noch mit. Wie es hier aussieht, ist absolut krass. Ich sage es euch. Wir mussten einen Damm bauen, damit das Wasser weg vom Haus geht. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das aussieht. Alles voll Sumpf und Regen. Und da ist, wo das Wasser reinkommt. Check it out! Schau mal, das ist bis zu den Knie rein. Wasser. Es kommen alles in die Türen rein da hinten. Das ist unser erstes Arts Community Festival. Leute mussten umdrehen, die hierher kamen, weil sie gar nicht in Planesboro reinkommen. Aber wir haben eine gute Zeit. Es ist etwas, das wir nie vergessen werden. Tschau zusammen!